Ich möchte Ihnen jetzt die Bestseller im Format A6 vorstellen. Sechs Bestseller zusammen mit den Einlagen. Wenn Sie sich für das Format A6 entscheiden können, gibt es die Wahl zwischen der feintäschnerischen Meisterleistung X47 Traditionell und der sportlichen Variante X47 Steel. Bei X47 Traditionell sind diese drei unsere Bestseller. Das ist einmal schwarzes, weiches Nappa-Leder, einmal glänzendes, etwas festeres Gaucho-Leder, Gaucho-Mahagoni heißt das bei uns, und ein Vintage-Leder in Cognac. Innen sind die alle gleich aufgeteilt. Sie haben auf der linken Seite Kreditkartenfächer, auf der rechten Seite auch und in der Mitte drei Federschienen. Oben ist die Stiftlasche angebracht. Beim Schnitt X47 Steel sind diese drei Varianten die Bestseller. Das ist einmal vegetabil gegerbtes Leder aus Belgien, recyceltes Leder in dunkelgrau Anthrazit und recyceltes Leder bezogen in grün. All diese Pakete enthalten den Wochenkalender Classic und ein Notizbuch Blanco. Und hat Ihnen einer von unseren Bestsellern im Format A6 gefallen? Bestellen Sie sich einen, gucken Sie sich den in Ruhe zu Hause an. Sie haben ja 14 Tage Rückgaberecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von mir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 von mir.